Okay, jetzt haben wir uns die Werbung angeschaut und jetzt vielen Dank, Herr Sofort. Sehr gut, dass Sie es mir nochmal gesagt haben. Einmal. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich habe auch so ewig gezogen. Ja, wie schön für dich. Noch eine kannst du dir. Ja, eine kann ich mir noch leisten. Das ist der Grund. Ich hasse es. Ich hasse es. Jetzt bin ich froh, dass ich meine Roller Derby-Hailey noch bekomme. Das will ich jetzt verarschen oder was? So, okay, also. Mann, 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 Mann. Ich ziehe da nichts Gescheites raus. Das ist wirklich, das ist der Hammer. Ich weiß ja, der Herr Sofort, der hat ein Suff. Der hat, wieso habe ich denn eigentlich so viele Baseballkarten da drin? Wo kommen die denn auf einmal her? Er hat übrigens heute, was hast du bezogen? Ja, das war jetzt ein absoluter Hammerzufall. Ich habe eine Box aufgemacht. Aber den Screen, den muss ich noch einbauen hier. Ja, aber Werbekiste. Ich habe eine Werbekiste aufgemacht. Ja, jetzt hole ich mir erstmal noch die Roller Derby-Hailey. Und er war in der Werbekiste, war tatsächlich eine Legendary drin. Rogers Kleiderschrank, ja. So, und jetzt hole ich mir noch eine. Roller Derby-Hailey. Ja, wie das überhaupt funktionieren soll, ne? Ihr habt jetzt gesehen, ne? Ich habe jetzt hier wirklich absolut Max gespielt, ne? Habe keinen einzigen Fight verloren. So, und wie bitteschön soll man denn hier das zweite Consuela Hero Tokens Pack bekommen? Bei 400? Ja, in dem man extra bezahlt. Ja, toll. Ja, aber das ist ja völliger Schwachsinn. Also, das ist, naja. No comment dazu, no comment. Okay, also, macht's gut, bis dann. Also, das war jetzt Quintessenz. Halt, noch ganz kurz. Also, ich kann euch nur empfehlen, nicht Consuela zu nehmen. Es sei denn, ihr wollt Geld für die ausgeben. Ich habe jetzt wirklich unendlich viele Arena-Fights gemacht. Also, für die, die es jetzt noch in den letzten zwei, drei Stunden oder so sehen. Unendlich viele Fights in der Arena gemacht. Es gibt keine Hero Tokens in der Arena. Es gibt sie nicht. Für Consuela. Das heißt, wenn ihr die nehmt, so wie ich das gemacht habe, müsstet ihr die Tokens kaufen. Dann holt euch doch lieber für die 200, was die Consuela da gekostet hat, lieber noch eine Roller Derby Haley. Oder noch ein paar Chance Packs mit hinzu oder so. Aber lasst das bitte, Consuela. Es sei denn, ihr wollt dann nochmal Geld investieren. Aber das ist es meiner Meinung nach eben nicht wert. Also, macht's gut, bis dann. Und tschüss. Und dann ist's. going to